Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, ihr seht es schon, es ist wirklich wahr, wir haben keinen Wasser-Grafik-Bug mehr. Hurra, die Runherbytes hat es hinbekommen. Suppi, 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 wir freuen uns und können das Spiel jetzt in vollen Zügen genießen. Nicht nur von, also über unsere Euglein, sondern auch über die Ohren und ja, ihr wisst schon. Auf jeden Fall müssen wir noch mit diesem Saufkumpan hier sprechen. Naja, Saufkumpan ist falsch, Suffkopf trifft es eher und Halsabschneider. Denn wir haben seine Stimme im letzten Part für 200 Splitter gekauft. Mal schauen, ob es uns was bringen tut, ich habe keine Ahnung, aber ich habe ein mieses Gefühl. Wegen deines Kumpels Alvar. Wegen deines Kumpels Alvar? Was ist mit ihm? Wo ist er? Er sollte doch wache stehen. Woher soll ich das wissen? Er kommt und geht, wie es ihm passt. Ganz unter uns. Ich glaube, Alvar hat ein kleines Alkoholproblem. Wenn du ihn irgendwo findest, dann vermutlich da, wo es Alkohol gibt. In der Taverne. Frag doch mal bei Oran, dem Wirt nach. Er könnte Alvar gesehen haben. Alles klar. Gut, ich glaube, das hatten wir schon, ne? Mit ihm haben wir ja gesprochen. Ich hoffe, dass es auch gezählt hat. Ich habe ja nichts gemacht. Alter, was ist denn mit ihm? Die zweite Wache. So. Ähm. Y. Was hat er denn für Probleme da hinten? Jedenfalls. Was haben wir denn hier? Ähm. Oran hat Alvar tatsächlich gesehen. Er scheint hier öfter zu sein. Das letzte Mal hat er sich zusammen mit Argor die Kante gegeben. Ich hoffe, diese Schnitzeljagd hat bald ein Ende. Ich sollte Argor mal ausquetschen, was er weiß. Argor. Argor da oben hat mir erzählt, dass er zusammen mit Alvar etwas zu viel getrunken hat. Irgendwann in der Nacht meinte Alvar, er hätte davon... Was? Er hätte da noch etwas ganz Besonderes. Danach kann sich Argor nur noch daran erinnern, dass er irgendwo hinter Ragnas Festung aufgewacht ist. Irgendwo unter den Balkonen. Ich sollte dort mal nachsehen. Vielleicht finde ich ja einen Hinweis auf Alvar. Ach ja. Dann müssen wir jetzt dort lang. Okay, dann machen wir das gleich mal. Ma, du bist ekelhaft. Wirklich. Nimm dir mal ein Taschentuch. Hä? Klopapierrollen haben sie, verstehst du? Und nehmen wir uns nicht das Taschentuch. Ach. Unfassbar. So, Moment. Langsam. Wie ging es da jetzt rauf? Immer rauf, 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 ne? Ich glaube, da vorne schon rauf. Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ich glaube schon, ne? Hört sich gerade die Musik? Koffig. Dieses Bling, Bling, Bling. Was zwischendrin ist, das kommt von Koffig. Da geht einem das Herzlein auf. Ja, ich bin erschöpft. Ich weiß. Ich glaube hier hoch, dann da hoch. Mann, Mann, Mann. Lauf, lauf, lauf. So, lauf, lauf, lauf. Zum Glück sind wir gut zu Fuß und haben muskulöse Beine. Sonst würde ich kriechen wie ein Wurm. So. Das heißt, wir müssen da rein. Dann müssen wir hinten raus. Ach, das hört sich wieder super an. So. Da rein und hinten wieder raus. Ich glaube, halt. Ich bleibe am Tisch hängen. Und beim Sessel. So. Jetzt sind wir eigentlich hinten. Und jetzt müssen wir nur schauen, wo es hier Balkone gibt. Boruck. Das dürften Balkone sein. Also hier irgendwo soll es einen Hinweis geben. Packen wir mal die Spürnase aus. Da haben wir einen Krug. Den nehmen wir mal mit. Hier könnte man nur klettern. Boruck. Hm. Was haben wir da? Nichts. Hm. Vielleicht hier drüben. Was ist das? Drohnenkontrolle. Aha. Ein Tagebuch. Ein Tagebuch. Es gehört einem gewissen Krall. Hier steht jede Menge Zeug. Ich kann damit aber nichts anfangen. Also können wir doch nicht lesen. Na, Spaß. So. Dann nehme ich mal stark an. Hier ist es ja eh schon markiert. der gelbe Pfeil. Aber ich will mich noch ein bisschen umschauen. Hier haben wir zum Beispiel einen Alex. Vielleicht gibt es auch ein paar Pfeilchen für uns. Schaut, da ist schon mal einer. Als hätte ich es nicht... Als hätte ich es gerochen. Lalalala. Was haben wir hier? Hinsetzen. Ja. Jetzt ist es einmal. Mit dem Spucknapf. Bäh. 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 Moment. Ach. Tsch. So. Jetzt können wir weitergehen. Bäh. Das haben wir hier. Trockenfleisch. Mh. Das ist sicher gut getrocknet, ja. Ah. Und die Fliegen sind schon dabei. Zumindest habe ich es gerade zoomen gehört. Ja, Herrschaftszeiten. Wo ist denn das? Das sollte doch hier sein, oder? Noch weiter unten. Da unten. Mh. Wirklich? Überlebe ich das, wenn ich hier... Ich trau mich nicht. Aber... Weißt du was? Ich speichere mal. Jupp. Der neunte, bitte. Wenn ich nämlich was falsch mache, kann ich hier wieder zurück, ne? Also dann, um Gottes Willen. Aha. Siehst du? Falsch gemacht. Dann tun wir wieder laden. Ich dachte, das überlebe ich. Pfe. Der hält auch gar nichts aus. Echt. Kein... Also nichts mit Yamakasi und so. Ach. Na dann. Müssen wir halt laufen. Tün. Da herst. Ja. Hü hü. So. Dann hier langsam. Wahrscheinlich hat er in seinem Suf irgendwas darunter geschmissen. Kann ich mir halt vorstellen. Ach Gott, ob das richtig ist, was ich da mache. Ich habe irgendwie... Kann man sich ducken? Oh Gott, ich werde sterben. Wow. Na, doch nicht. Haha. Okay. Aha. Da ist was. Hallo? Na. Der ist gestorben. Jesses Mutter. Spielzeug. Dino. Klobepirollen nehmen wir auch mit. Unbedingt. Elektroschrott. Den Alk kann man dann auch mitnehmen. Na. Wow. Von da sind die Fliegen. Von daher haben wir das Fliegen. Die Fliegen. Also... Boah. Du, aber der liegt schon länger hier, ne? Weißt du was? Dann machen wir es uns voll gemütlich, ne? Na, Kumpel? Liegst du gemütlich? Ja. Na? Na? Im Ernst? Du könntest ein Bad gebrauchen? Ah. Die Fliegen um dir herum. Die lieben dich wegen deinem Pfeilchenduft. Ja. Kannste wetten. Können wir was braten? Juhu. Sehr gut. Dann machen wir das gleich fünf Stück. Ja, sowieso. Also, spitze. Ich sollte mir mal das Essen auf eine Taste legen, vielleicht. Große Heilpflanze nehmen wir auch gerne mit. Das haben wir hier noch. Ui, ein Goldbrocken. Aha. Gibt es da noch was für uns? Hü, grüpf. Nope, no, nee, uh-uh, na, nicht wirklich. Hoppala. Schaut nicht so aus. Marandonner, die fliegen. Oh, ruck. Ah, warte kurz, bevor wir wieder abhauen. Das da unten schaut, ist wieder verdächtig aus. Wir wissen ja, ne, wir müssen auch manchmal abseits der Wege gehen, um gewisse Kräuter zu finden, so wie das da. Bah, ich glaube, ich werde sterben. Das habe ich im, das spüre ich in meinem linken Hüftknochen. Oh Gott, da geht es steil runter, ne? Ja. Wir sind eine wandelnde Bergziege, falls jemand fragt, gell? Aber schön ist es trotzdem. Lala, oh. Horuck. Gott sei Dank können wir klettern. Gott sei Dank können wir klettern, sag ich. Bah. So, dann gucken wir mal, was ist da drüben Schönes. Halt, hast du eine Blume? Ah, nur ein Mohn, ne? Für nix, aber. Aha, da haben wir was. Kleine Heilpflanze. Lala, lala, lala. Ja, wo geht es denn hier hin? Bursche, Vicky, das schaut schon wieder ungesund aus. Speicherungswürdig auf jeden Fall. Jo, bitte. Ich bedanke mich. Alter, da rennt es einmal irgendwo rum, ne? Das sind schon wieder zehn, wah. Zehn Minuten weg. So. Da unten ist noch was. Ein Geldbeutel, glaube ich. Wah. Langsam. Ah, Elixitbeutel. Jawohl. Sehr gut. Ja, ist eigentlich eh Geldbeutel. Das stimmt schon. Es ist ja eigentlich Geld, ne? Elixit ist ja Währung. Wir wissen es ja. Super. Das lief gut. So. Gut, gut, gut. Ach so, das wird der reguläre Weg gewesen. Jo, ne? Ach so. Aha, okay. Hier waren wir ja eh schon. Das bedeutet, zahlt sich das Porten aus? Wo ist denn unser Auftraggeber? Jo, das darf sich volle Hütten auszahlen. Dann tun wir es mal, ne? Bitte, ja. Tap, tap, tap. So, dann springt man wieder ein Stückl. Tap, tap, tap. Finster wird es auch schon wieder. Das heißt, wir brauchen ein Bettchen. Ein Bettchen. Tap, tap, tap. Servus. Ach, es ist so schön. Jetzt können wir das Wasser mal genießen. Schön, schön. So ein Wasser müsste man sein, oder? Als Wasser lebt man ja eigentlich ewig. Du fliehst du das Becherchen lang, oder schwimmst im großen Meer. Dann wirst du von der Wolke aufgesogen, fliegst irgendwo hin, fällst als Tropfen wieder runter und schwimmst wieder weiter. Wo muss ich eigentlich hin? Darüber. Darüber. Hab ich gewusst. Das bist du. Hallo. Ich habe Alva gefunden. Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie, bitte, was? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Gulliant? Tja, sieht so aus. Wer weiß, wo Alva das Zeug herhatte? Wer weiß, wo Alva das Zeug herhatte? Ist doch egal. Ich werde jetzt erstmal mit Kaumark reden müssen. Ich erinnere mich, dass du auf einer Belohnung bestanden hast. Hier hast du etwas Elixit. Werde glücklich damit. Danke. Wir hätten den Ruf nehmen sollen. Ich weiß, es tut mir leid. Ich werde mich besser. Aber am Anfang ist es halt oft so... Ist das schön ohne Grafikpack? Ich meine, am Anfang ist es halt so, da kann man jeden... Damals waren es Erzbrocken, dann war es mal Gold, jetzt haben wir Elixit. Wir können das Zeug halt brauchen. Na, es ist. Ja, was hieß denn? Hä, war da was? Ui! Ein Schwammer, das habe ich gar nicht gesehen. Einen Moment bitte. Da musste ich kurz mal husten. So, nächste Quest. Was haben wir noch zu tun? Was gibt es noch? Was bist du? Oran. Brauchen wir den? Na, das zeigt nur. Können wir uns hinborden? Sicher nicht, ne? Na. Ist ja kein Bordpunkt. Zocki. Du Pfosten. Habt schlecht gesetzt. Der Berserker. Ähm, gibt immer was zu tun. Gefährliche Überreste. Er hat mir davon... Riyak. Er hat mir davon berichtet, dass ein paar Kleriker ein paar Mutanten zu Opfer gefallen sind. Ich soll mich nach ihren verbliebenen Habe umsehen und sie bei Yorah am Schlund abgeben, bevor jemand anderes sie in die Finger bekommt. Waffe eines Klerikers. Ja, Herrschaftszeiten. War man nicht da? Hoppala. Zerknüllter Zettel. Ist denn das Schriftstück? Wert. Ein zusammenknüllter Zettel, den ich bei einer Leiche gefunden habe. Also er. Unterhalb des Schlunds. Heute Abend bei Einbruch der Dunkelheit. Zwei und Elixit mitbringen. Nicht vergessen, das Steam vorher zu testen. Nicht nochmal von Dick verarschen lassen. Aha. Achso, das war der Zettel der... Entschuldigung. Das habe ich jetzt vermasselt, ne? So. Ich wollte jetzt eigentlich Quest und so. Anleitungen. Achso, ja zum Brauen dann, ne? Also zum... Zum Backen. So, ich wollte eigentlich so das mal markieren. Genau, richtig. Achso, da oben ist zum Abgeben. Hä? Jora, da ist zum Abgeben. Hoppala, Entschuldigung. Ähm, wir könnten uns zum Beispiel mal Laufmeter sparen. Ich baut mich mal hier hin. Schwing. Lali, lalala. So, dann räumen wir halt wieder ein Stückchen. So. Tap, 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 tap. Tap, tap, tap. Bewegt dein Popschi. Tap, 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 tap. So. Lalalala. So, dann tap, tap, tap. Und da sprinten wir durch die Gegend. Muah. So. Stopp. Kurz mal auf die Karte klubschen. Aha, das ist mir schon gar nicht verkehrt. Das müsste das da vorn sein. Lol. Ich bin umsonst im Kreis gelaufen, glaube ich, ne? Naja, das ist ja typisch ich. So, und rein in die gute Stube. Hallo. Jora. Hey, was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Das ist meine Angelegenheit. Na, gibt es ein Problem? Problem? Gibt es ein Problem? Ja. Ein Problem, das ich gerne vermeiden möchte. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Aha. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Ist mir wurscht. Praktisch ist es. Und was erwartest du jetzt von mir? Soll das ein Befehl sein? Was erwartest du von mir? Und was erwartest du jetzt von mir? Hm. Naja. Ist wohl fest mit deinem Arm verbunden. Abschlagen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Wie nett. Aber gut. Ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Da hat der liebe Technik von Saturn hier bei dem Spiel echt ein Problem, ne? Wenn du schon gegen das Gesetz verstößt. Allein der Name, ne? Supi. Erzähl mir mehr über die Werker. Ich habe ein paar Klerikerwaffen für dich. Na, na. Du mal ein bisschen quatschen mit mir. Erzähl mir mehr über die Werker. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Ach, ne. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Ich muss da hin. Shit. Na, Spaß. Der Schlund. Was ist das? Ebenso wie die Alps. Sie existieren. Sie existieren. Was? Sie extrahieren es auch. Sie existieren, genau. Ja, existieren tun sie auch. Der Schlund. Der Schlund. Ja. Was dort lagert, soll in Vergessenheit geraten. Das Metall, das dort landet, kann nicht einmal mehr für uns. Aha. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Warum auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Ihr braucht also Maschinenteile. Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Ich habe ein paar Klerikerwaffen für dich. Okay, das Klerikerwaffen, das ist wirklich zum Schluss. Warum auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Warum auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Du denkst also, unser Leben hier ist rückständig? Oh. Dann lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Okay. Soweit wir wissen, sind in nahezu allen modernen Apparaturen größere Ansammlungen von Elex enthalten. Natürlich findest du es auch sonst überall. Aber der Elex-Anteil ist in eben diesen Gegenständen beachtlich. Das Elex selbst ist mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es den Transformationsprozess durchlaufen hat, ist es uns möglich, mächtige Magie damit zu wirken. Und wer über diese Macht verfügt, braucht keine Technik. Aha, verstehe. Ja, toll. Ja, da wollen wir hin, ne? Also ich halt. Ähm, das könnt ihr auch schneller haben. Spart euch die Transformation. Nur durch Fortschritt kann man einen Krieg gewinnen. Hm. Tja, was nehmen wir jetzt? Das Obere? Das könnt ihr auch schneller haben. Spart euch die Transformation. Wie einfältig muss man sein, überhaupt daran zu denken. Weißt du nicht, was Elex aus einem macht? Es macht dich stark. Ja. Aber zu welchem Preis? Wer sich zu lange dem Elex aussetzt, verliert alle Emotionen und denkt und handelt wie eine Maschine. Darum morden die Alps kaltblütig und geben nichts auf die Menschheit. Also machen wir das einzig Richtige. Wir wandeln das Elex um und ziehen ein Leben vor, das frei von seinem Einfluss ist. Also ist eure Art zu leben, als Schutz vor dem Elex zu verstehen. Jetzt hast du es verstanden. Aha. Ihr braucht also Maschinenteile. Ihr braucht also Maschinenteile. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Ich höre. Ich habe meine eigenen Probleme. Na, na, na. Mit uns schon helfen. Ich höre. Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter. Ja. Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Na toll. Du willst etwas haben, das den Alps gehörte? Kennst du dich überhaupt mit Alptechnologie aus? Eni, meni, muh und dran bist du. Du willst etwas haben, das den Alps gehörte? Ich würde gern darauf verzichten, aber wir brauchen das Elex. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Okay, was ist mit dem Elex, das in Exit enthalten ist? Das machen wir nächstes Mal, denn wir beenden den Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.